O .. Soll' ein schreiter Tag nach dem Iske Flaschen ziehen Der war auf deines Blau planet noch was Bier war blau aus diesem planet Ja .. Ja, weiß nicht Felix, hol'n Bier Aber ... Aber Kap'tain, wir haben-, wir haben kein Bier mehr Kein Bier Ehhh Ehh Was hat der Kap'tain gemacht? Habt'in ne Ahnung? Nesslich Bier Das Co. mal saufen Ach Gott. Ach Gott, was ist was mit dem... Wo ist Captain? Captain! Gott, wo könnte er sein? Wann hab ich auch noch. Hallo? Ist er bei dir, Jonas? Oder wo bin ich? Nein. Nein. Hier ist er auch nicht. Captain! Es ist nicht heimlich. Gott. Schnell, wir müssen ihn holen. Wo könnte er sein? Ist er unten? Ach nee, sag bitte nicht, dass er runtergegangen ist. Das ist GmbH. Bier! 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 Ja, definitiv. Felix. Was wie wo? Was wie wo? Ja? Na geh runter. Geh einfach runter. Ich muss es... Das ist nicht erklärbar. Einfach runter. Das kann man nicht erklären. Ähm. Da ist Bier! Da ist Bier! Da ist Bier! Oh Gott. Oh Gott. Oh. Ich erkund mal. Kann jemand... Kann jemand dem Typen irgendwie helfen? Weil... Weltraum-Polizei. Bier! Dafür habe ich was gefunden. Oh, Moment. Ja, da war es. No oxygen. Equipe. Willst du Bier machen ohne Oxygen? Gott. Das ist dann eben. Das ist dann No Oxygen-Bier. Neu. Von Feldschleidchen. Mit 100% Alkohol. Heißt, wir sollten nicht rausgehen. Nee, wir müssen noch mal zurück. Nee, wir müssen noch mal zurück. Komm, wir sind mit. Komm, wir sind mit. Die Richtung. Ich habe den Käpt'n aus den Augen verloren. Schlechte Idee. Bier! Bring ihn... Lock ihn mit Bier. Sch-Stimmt. Wir müssen... Uuuuh. Wir müssen irgendwie. Ich habe den Bier... Wir haben den Biertransport gefunden. Der ist damit zerschellt. Awww. Uuuuh. Was liegt denn da drin? Wie dumm. So. Knallt die Batterie! Warte, was? Ähm. Das war jetzt nicht der Plan. Pick up some old berries. Komm, kommst du line? Pick up. Die form of metal piece. Nehmen wir doch weiter. Lauf einfach weiter. Bin hinten schon. Aber... Der Mensch hat gesagt, wenn ich alle sehr eisemel, komm ich mal Bier. Ach Gott. Nehmen wir immer hin. Immer hin. Daumen muss ich immer diese Alkohol einpacken, ne? Das ist auf. Oh Gott ist hier. Wir brauchen zwei Patrien und drei Rationen. Ah, vier Rationen. Eine Batterie habe ich schon und drei Rationen habe ich. Ja. Also ich hab noch ne... Ich hab noch, äh... In meinem Inventar befindet sich ne alte Batterie und zwei deformierte Metall... Lücke. Metall etwas. Oh, da ist noch eins. Fertig. Willkomm ich mein Bier. Käpt'n, ich hab gesagt, wir haben kein Bier. Das kriegen sie wahrscheinlich, wenn überhaupt, erst an der nächsten Station. Ja. Käpt'n, ja. Käpt'n, ja. Alles gut. Gehen sie heim und trinken sie Wasser. Also normales. 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 Wasser. Wasser. W-A-S-S-I-R. Wasser. Ohne Gersten. Zusatz. Genau. Null Prozent Gerste. Wie. Die alles ohne mich gelötet. Alkohol ist... Oh, nein. Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destinar. Ich dachte, das war mit Gewalt. Gewalt ist keine Lösung, aber eine Möglichkeit. Nein, Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destinar. Ein Destinar. Oh Gott. Geh weg. Also er levelt gut. Okay, lassen wir mal zurückgehen, wir haben ja alles, wenn ich hier laufen könnte. Wieder auf Schiff? Ja, wieder auf Schiff? Ich glaub nix. Die haben eigentlich... Nein, nicht die, sondern er. Ich glaub alles hier gelootet, was sein kann. Und ich hab sogar noch einen... Ja, besoffener Käpt'n? Ja, besoffener Käpt'n. Und ich hab sogar eine äh, Bodenprobe. Ja, natürlich. Der Käpt'n hat den Scheiß aufgeladen. Entschuldigung. 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 Ja, ich erinnere schon. Ich will nicht gerastet werden. Ich bin doch kein Toast. Du hast ein ziemlich hässlicher Labriger Toast hier, im Leben weiter. Da 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 da, da 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 dam! Da 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 daam! Da 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 ham! Hat man schon solche Anti-Alkohol-Spritzen erfunden? einfach eine todesdosis rein spritzen sind sie nicht mehr bei wie sonst was wenigstens dusche ich sag ich gehe mal ich gehe mal wie viele talent punkte ich meine talent punkte in meiner stillen ausgibt also kann man nicht aber naja okay mal gucken ob der kapitän arbeitsfähig ist kapitän wo geht es jetzt nicht hin sprung zur mission wo liegt mission da liegt mission gerade zur mission aber wir haben ja noch ein alarm system aber mehr was war mission gute frage kämpfen die mission was sind das für billen weinen musste ausrichten das muss ich glaube irgendwann mal schon machen als stellvertretender sprung kann ausgerüstet werden das ist nur wenigstens so gut bis zum was so gut legge die legge die legge die legge legge die legge 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 lewala soviel 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 guckla 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 wenn ich bitten darf wenn ich bitten darf ok guckla oder bonn ja soviel ach ja ich hab nur einen pass auf bonn piep yay oh wow herr captain kommen sie bitte mal in mein office oh ist nur da brauchen wir das wirklich ich weiß nicht was könnten wir sonst noch haben äh gebrauchen wir nicht was machen diese pilze da wach die bleiben da drin denn die müssen wachsen damit ich sie analysieren kann nein das ist kein schnapps glas ich will wissen da steht antialkohol das ist kein anti das nennt sich wasser trink Gott meine Güte erstens nein brauchen wir nicht ok ein treffenden ein paar sekunden schon ok gefechtsstation 17 sekunden ähm captain wir sind offensiv ja offensiver angriff auf ein stimmt da war ja was ok 5 sekunden 4 3 2 irgendwas 1 0 fragezeichen minus 1 ach 0 ja sie machen ordentlich ein schild schon jetzt gehen jetzt gehen hörst du was oh mein gott oh mein gott oh mein gott was ist eigentlich und c c rakete Feuer. Schieß auf A. Schieß auf A. Fürs Erste auf A schießen. Drehen. 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 Ja. Galant muss überleben. Galant ist gestorben. Töten wir den Rest. Okay. B ist... B ist näher. Also was? Ah! Ich kann nicht drauf schießen. Okay, Dad. Wir getrackt. Okay, Donner X. Dreifer. Boah. Oh, gut. Alter, warum ist das einfach über vierzehn Kilometer weiter hinten? Okay. Die verpüßt sich. Die feige Sau. Wow. Racketentreffer. Was war das denn grad? Racketentreffer. Aua. Shieldboost. Das war aber keine normale Rakete. Nein, das sah nie. Das sah sehr bunt aus. Shieldboost ist an. BD Shieldbreaker-Rackete. Dingleiser weit. Dingleiser weit. Kanone 90%. 100% gleiches Feierabend da draußen. Puh! Okay. Kann ich den Scheiß an? Ich such nach... Wo ist Dings? Ich kann mal bitte... Igo ist die Mist-Sau. Ich muss gerne erinnern. Da hinten ist dann auch noch Abfall. Da. Wir haben aber kein Problem. 20 Kilometer. Ich schicke es mal zur Auge. Piercing, piercing. B. Piercing gleich modulat. Okay. Passt. Volle Kraft zum Gegner. Wir müssen ihn töten. Wo ist es denn? Weil jetzt eigentlich immer noch Energie kriegen können. Oder nur zu. Mist. Oh. Okay. Okay. Dann war das das. Was ist passiert? Und ich dachte, ich müsse näher ran. Was ist passiert, Jonas? Äh. Er hat aus 17 Kilometern den Rest entfernt. Ich habe aus 80 Kilometern die Leute erschossen. Okay. Ach Gott. Haben die Antriebe voll rein? Weg. Lassen. Gott. Mach es jetzt mal den Gefahrenmodus aus. Gefahren muss auskäppen. Danke. Erstmal die 18 Kilometer jetzt rüber zu fahren. Okay. Ja, erstmal das hier. Und jetzt genießen. Und nicht feiern mit Bier. Ah. Kommt ja auch noch hier. Pst. Lass das. Weißt du was? Hier. Ja. Da kannst du es nicht mehr ausmachen. Haben wir alles oder war folgend bei A auch noch was? Ach, getötet. Äh. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Jonas, hattest du noch was gesehen? Zumindest sehe ich gerade nichts. Lass mich gucken. Da hinten. Da hinten? Nee. Äh. Ja, ich sehe was. Warte, stopp. Äh. Siehst du unten links von uns die Asteroiden? Ja. Da hinten. Da sehe ich noch was flimmeln. Die Richtung? Ja genau, da siehst du es. Wo? Ah ja. Da. Laser schießt schon mal. Sag dir. Da hinten noch. Die Richtung. Gefunden. Oh Mann. Okay. Ich sehe ich glaube nichts mehr. Ich gehe nochmal um. Ich gehe erstmal an der Nachtkappen suchen. Also ich dachte das Geschütz geht gar nicht auf so eine große Distanz. Weißt du nicht, steht das nicht, warte mal. Steht das nicht im Schiff? Das steht eigentlich, das steht eigentlich im Schiff drin Weapons. Äh. Acht Kilometer Max Range. Da steht dran. An impressive piece of military power. Max Range of 8 Kilometers. Das sind auch 1000 Kilometer. Hm. Ähm. Gibt es noch Energie für die Antriebe? Wie meinst Energie für die Antriebe? Na, die Antriebe sind gerade auf 50 Meter. Ist der 313 runter. Äh. Wissen wir noch schon? Ne. Komm. Verlanger Schwindigkeit. Der gute. 150. Der gute Normi macht gerade was. Normi. Wieder an Platz zurück. Schöne. Balken. Balken sind gut. Wieder zurück nach vorne. Und ziehen Sie den Anzug aus. Der ist ja. Ich will Sie am Ende nicht waschen. Das wird super. Gibt es nicht irgendeine. Hat jemand nicht Asperine oder so? Kann es sein, dass unser Lager voll ist? Äh. Kann das sein? Was? Was ist los? Oh ja, ist er. Mit Scrap. Weiß mal einen Scrap weg. Habe ich einen Scrap geworfen? Ist noch was im Weltraum? Einen Päckchen ist noch da, aber das kriegen wir irgendwie gar nicht eingesammelt. Ich kann es nicht. Captain. Was haben wir? Im Schiff. Cargo ist voll. Ein Scrap aus dem Fenster werfen. Du befehl. Commander. Moment mal. Commander befiehlt mich zu... Bitte was? Scrap. Ist draußen. Tracker im Islam wir bekommen. Noch was? Nein. Das war alles. Lebensform. Level 1. Super. Shield. Okay. Oh, warte. Boom. Energie. Moment. Beep. Vielleicht zur nächsten Mission, ne? Ja, gleich da unten. Okay, jetzt nochmal schauen. Wo ist eigentlich der nächste... Schöpple? Weit weg, weit weg, weit. Schöpple ist ein bisschen weit weg, ja. Ne Tracker Missile. Jonas, haben wir ne Tracker Missile installiert? Ja. Dachte, wir haben nur Tracker Missile. Ja, weiss nicht, musst du wissen. Ein Stück. Musst du eher wissen. Sieben Tracker Missile. Wir haben sieben Tracker Missile. Zwei habe ich gerade verschossen. Eine hatten wir schon weg. Zwei haben wir gerade jetzt verschossen. Und nochmal eine haben wir gekriegt. Okay. Wir können zwei Tracker Missile installieren. Ja, wir haben zwei Tracker Missile, nämlich sehe ich gerade. Ah, Kopfweh. Kopfweh, Kopfweh. Hinlegen, bitte. Duschen, duschen, duschen. Das vielleicht auch. Duschen. Das muss ich es nicht machen. Da, 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 da. Und das da? Oh, Gott. Mensch, Mensch. Oh, guck mal. Bottle. Warte, was? Bottle. Ich will nicht gucken. Ich guck. In die Richtung. Einfach, einfach nicht hören. Einfach nicht zuhören. Einfach. Ignorieren Sie den Käpt'n. Einfach, einfach geradeaus. Hier, äh, genießt, genießt. Genießt das Farben. Oh, wow, sieht das trippy aus. Einfach, einfach nicht, einfach nicht, nicht dran denken. Nicht hören, nicht denken, einfach nur Ruhe bewahren. 30 Sekunden noch, Sprung. Okay. Die werde ich jetzt vollen Zügen genießen. Da ist ein Loch. Da, 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 da jetzt. Unit gespottet. Unit labert mit uns. Direkt will was. Unter uns. Captain labert, ähm, will irgendwas, klar. Von weiterspringen werden wir ansonsten auch ausgerichtet. Zu wem gehört sie? Der WD. Freund. WD. WD. Ja, WD. WD ist kein Freund. Nee, bei minus 8, um genau zu sein, Statistiken, ja. Scannen. Scannen auf Komponenten. Was soll ich sagen? Sehr viel Physikal. Und Piercing. Main turret pacing. Der Rest physikal. Das ist ein Level, kann mir jetzt besinken. Was hat mir so eine Hülle? Gar keine, was? Anscheinend gar keine. Was hat keine Hülle? Ach, da ist die Hülle. Oooooooookay. Wenn ich mal kurz. Woher frei? Oder? Sie hat fast das Doppelte an Hülle. Was wir haben. Dafür ein sehr schlechter Schild. Na, sehr schlecht kann. Ist was anderes, aber. Schlechter Schild. Gute Hülle. Du musst dich ja noch umdrehen. Dreh dich um. Wieso, ich hab sie im Visier. Dreh dich um. Felix, umdrehen. Ich? Umdrehen? Achso. Ja, das ist es ja. Oh, stimmt. Da war ja was. Muss ich gar nicht schauen. Was? Ja, da gibt es so nicht. Ich glaube, wir springen weiter. Gibt es da Lebensform? Ja, fünf Uhr. Okay, wir springen weiter. Ausrichten auf Sprungziel. Bei Sprungziel dann Bescheid geben. Wir versuchen 3000 zu gestiegen. Da, um ausgerichtet. Vorbereiten auf Sprung. Warte. Oh, kann. Okay. Buch. Wir haben 3000 bekommen. Bitte was? Bitte was, woher das denn? Ich hab's in Ruhe gelassen hab. Wahrscheinlich. Ich hab's ja presst. Ist ja mit 3000 gegeben. Ach Gott. Deswegen ist die WD gerade wieder von minus 8 auf minus 9 runtergegangen. Das macht Sinn. Okay. Gut, aber. Bevor irgendwas noch alles passiert mit dem Captain oder irgendwas. Ich sag jetzt mal. Ciao, gute Nacht. Und ja, gute Nacht für den Captain nämlich. Gott, jetzt sind ein Mieter. Oh, ich gehe jetzt schlafen. Ja, das ist besser so. Für andere, für euch beiden auch. Ciao und danke fürs Zusehen. Bis nächstes Mal. Sag ciao, Leute. Ja, ciao. Okay, die Gläsekanne mit mir. Also.